Wir brauchen mehr Kontrast, okay. Wir brauchen mehr Kontrast, eins auf die Mütze. Willkommen in der Hochzeits-DJ-Akademie. Mein Name ist Thorsten. Und ich bin der Maik. Und hier im Podcast, da möchten wir dir als Hochzeits-DJ zeigen, wie du mit deiner Webseite, mit Online-Marketing viel mehr Aufträge bekommen kannst. Heute machen wir aber ein bisschen was anderes. Maik und ich werden so über uns erzählen und unsere Gegensätze rausarbeiten, wollte ich jetzt fast sagen. Also die ganzen Notizen zu dieser Folge, die findest du auf der Internetseite hochzeits-DJ-Akademie.de-versus. Versus, genau damit legen wir heute los. Wir machen die Meinung von uns ein wenig deutlich. Jeder hat ein bisschen andere Ansichten und genau darauf wollen wir heute eingehen. Bevor wir damit starten, haben wir aber natürlich wieder einen Song-Tipp der Woche für euch. Und da haben wir uns einen passenden Versus-Song ausgesucht. Was war das? Der Klassiker, um uns gegenseitig eins auf die Mütze zu hauen. Also immer im freundlichen Sinne. Wir denken natürlich an Slice the Lone, Rocky, den Film und da kommt ein Lied dir sofort ins Ohr. Wahrscheinlich, wenn du die Filme gesehen hast. Natürlich, erkennt man, oder? Survivor mit Eye of the Tiger. Geiler Song. Ein richtig schöner Rock-Klassiker und wirklich durch Rocky bekannt geworden damals. Und seitdem ist er auch so eine Hymne, so eine Kampfes-Hymne, eine Animations-Hymne und unter Rock-Klassikern eigentlich kaum noch wegzudenken. Ja, und ein schöner Klassiker aus den 80ern. Genau, 1982 kam der damals raus, da hat Survivor ihn veröffentlicht. Hat sowas. Also wenn ich das höre, ich denke immer automatisch an Rocky. Ganz genau, das ist es. Ich sage mal, jeder, der mal Rocky gesehen hat, der kann sich genau an diese Motivationsszene mit dem Song erinnern. Und das war einfach super cool. Und auch heute noch, wenn man eine schöne Rock-Klassiker-Runde spielt, kann man gerne mal Survivor, Eye of the Tiger mit einbauen. Oft sogar als Opener. Der passt da richtig schön dazu. Hast du gewusst, Rocky, da gibt es ja diese eine Szene, wo er nach dem Trainieren so, ist das nicht Kapitol, der läuft so ein Monument darauf. Genau. Hast du gewusst, dass das eine extrem historische Bedeutung in Amerika hat? Okay, also die Tradition, dass man da hochläuft, ja, das habe ich mal gelesen irgendwo, aber nicht so im Detail. Das war jetzt, also hoffentlich kriege ich es noch richtig zusammen, aber das Ding spielt in Philadelphia, gell? Genau. Und an diesem Ort, wo der da raufläuft, ist, glaube ich, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung unterschrieben worden. Also in Rocky, du magst von Sly Stallone halten, was du willst, aber dieser Film spielt mit so viel Symbolik im Hintergrund, was du eigentlich nur kennst, wenn du die IMDB-Beschreibung, also von der Internet-Movie-Database irgendwie so, die ganzen Bedeutungen von diesen einzelnen, das sind echt Fitzel. Und da sind so viele in den ganzen Filmen versteckt, das ist irre. Ja, okay, aber die wird auch, die wird Rocky-Treppe genannt, gell? Ist so wirklich so eine berühmtesten Filmtreppen überhaupt. Ja, früher hieß sie wahrscheinlich mal anders, aber jetzt heißt es so Rocky-Treppe. Nein, also die wird wirklich Rocky-Treppe genannt. Da gibt es sogar Rocky-Fußstab in Philadelphia, wo es dann so die Fußstapfen gibt und das Name Rocky zum Beispiel auch nochmal eingeparkt. Eingemeißelt. Ist das nicht in Hollywood normalerweise? Ne, das ist wirklich in Philadelphia. Okay, gut. Also, Eye of the Tiger, Survivor, die Rocky-Treppe, der Song, den hab ich direkt im Kopf, also das ist ein schöner Klassiker. Den nehmen wir, auch den wollen wir heute ein bisschen als Animation machen, als Animation nehmen, denn heute haben wir eine Folge mit dem Thema Versus. Wir wollen uns ein bisschen gegenseitig auf die Mütze hauen, haben ein paar Themen rausgesucht, wo wir komplett unterschiedlicher Ansicht sind. Was ist das Erste denn davon? Da müssen wir jetzt einfach bloß zur letzten Podcast-Folge zurückgehen. Da, wenn ich jetzt dran denke, du bist der Freak, der alles irgendwie in seinem Geschäft durchprofessionalisiert hat und ich bin der Typ mit den Notizzetteln, der seine Bookings irgendwie so… Zettel im Kühlschrank? Ja, so eine Zettelwirtschaft vor sich hin wurschtelt. Okay, also Zettel, eine Hand habe ich auch noch, aber es ist, wie du schon sagst, für mich ist da so diese Struktur, diese Professionalität und dieses Durchgeplante einfach das Wichtigste. Einfach auch, wie gesagt, um dem Kunden Sicherheit zu geben, dem Kunden ein bisschen Professionalität zu geben und das Ganze organisatorisch natürlich auch im Auge zu behalten. Das ist halt wichtig, wenn man wirklich viele Gigs spielt und auch viele Kunden hat, die auch, wie gesagt, nicht im Billigpreissegment liegen. Mir ist das auch erst im Nachhinein so aufgefallen, so an manchen Punkten, wo ich mir gedacht habe, da tickst du irgendwie ganz anders. Das vielleicht, also wir werden da nichts überdramatisieren, aber es gibt auch so ein Sprichwort, Gegensätze ziehen sich an. Ich weiß nicht, ob das nur für Mann-Frau gilt oder ob das auch für Podcaster gilt und unterschiedliche Denkweisen von Disc-Jockeys. Aber das Erste, was mir so ganz am Anfang aufgefallen ist, du benutzt Windows und als du das gesagt hast, okay, schieb ihn in die Windows-Ecke. So einer der unbekehrbaren, ich bin ein… Du bist Mac-User, gell? Natürlich, ich hab's geahnt. Ich würde noch weitergehen, ich bin ein Mac-Fanboy. Also für mich ist die Haptik von… Wir nehmen diesen Podcast auch aus gutem Grund auf eine Mac auf, weil ich liebe dieses Ding. Also dieses MacBook, das ist der Hammer. Das ist von der Haptik her, jedes Mal, wenn ich diese Kiste anfasse, denke ich mir, wow. Wenn ich dagegen irgendwie so einen Quietsch-Windows-IBM-Rechner aus Plastik anfasse, da krieg ich Pickel an Fingern. Ich glaub dir das. Es ist halt… Vieles ist halt Windows-kompatibler. Nicht alles läuft unter Mac. Ich bin mit Windows groß geworden, hab's schon immer gehabt, hab auch meine festen Programme, die ich dann immer auf jedem neuen Rechner installiere. Und vieles läuft zum Beispiel unter Mac gar nicht. Auch muss ich sagen, ich glaub, ich würde mit dieser ganzen Mac-Menüführung und so gar nicht zurechtkommen. Es braucht eine Zeit. Also ich bin auch mit Windows groß geworden. Ich bin mit Windows 3.1 wahrscheinlich noch vor 3.11 groß. Ja, bin ich auch auf 3.11. Genau, 3.11 waren die ersten Disketten, die ich auch hatte mit Windows. Mit DOS 6.2. Also ich hab das alles installiert. Ich bin danach auf Linux gewechselt. Und vielleicht gefällt mir deswegen dieser Unix-Unterbau vom Mac einfach so, weil im Endeffekt, ich kann mit meinem ganzen Unix-Wissen, ich mache im Mac so ein Terminal-Fenster auf und kann das machen, was ich auf einem Großrechner, auf einem Internet-Server genauso erledigen kann, kann ich da einfach mit irgendwelchen kleinen Skripten machen. Vielleicht gefällt's mir deswegen so. Ich mein, das kannst du mit Windows natürlich auch machen, aber damit kenn ich mich halt null aus. Aber was du gemeint hast, diese Lernkurve, das hab ich gemerkt, die ist extrem lang. Also ich würde drauf tippen, ich bin am Anfang mit einem Mac überhaupt nicht zurechtgekommen, weil du allein eine IP-Adresse auf einem Mac einzustellen, das ist eine Katastrophe. Ich glaub dir das. Ja, aber bis du erstmal darauf hinterkommst, du musst es überhaupt nicht machen. Okay. Das Ding funktioniert per DHCP besser als jeder Windows-Rechner. Mittlerweile hat sich natürlich die Welt auch geändert, aber da hab ich nach Sachen gesucht, die ich in Windows-Rechnern eingestellen musste. Die musst du beim Mac nicht machen. Okay. Und das fand ich dann irgendwo so das Faszinierende dran. Also ich will da jetzt niemanden bekehren, ich arbeite auch noch genug mit Windows-Rechnern, mir ist das im Endeffekt Jacke wie Hose. Also ob das jetzt ein Linux ist, ob das ein Windows ist oder ein Mac, Mac ist halt noch so ein Tick besser für mich. Früher hießen die doch mal iMac, gell? Und ganz früher hießen die doch mal Macintosh. Oder täusche ich mich da jetzt? Macintosh waren noch diese Windows 3.11-Zeiten, also damals waren die so die Konkurrenner. Daher kannte ich nämlich, Apple kannte ich nämlich schon von früher, aber denen ihre PCs hießen ganz früher doch Macintosh, so in den 90ern. Macintosh ist glaube ich 1984 rausgekommen, also zwei Jahre nach Rocky. Zwei Jahre nach Rocky, aus gutem Grund wahrscheinlich. Weil Steve Jobs damals eins auf die Mütze bekommen hat oder warum? Ganz genau. Ja, du bist der Mac-User, ich bin der Windows-User. Jeder hat da seine Vorteile. Ich bin halt, wie gesagt, mit Windows groß geworden, habe fast jede Windows-Version getestet und würde auch dabei bleiben. Welche Version setzt du aktuell ein? Windows 10 habe ich drauf, genau. Hast du schon mal diese Kachel-Optik ausprobiert? Oh ja, geht gar nicht, geht gar nicht. Absolut inakzeptabel für mich. Also es gibt viele, die kommen damit zurecht, weil es halt diese App-Übersicht hat, wo alles nur noch als Apps dargestellt ist. Ich kann mich daran nicht gewöhnen. Ich bin dieser klassische Startmenü-Typ und der alles in einer normalen Liste dran hat, der auch eine ganz normale Desktop-Übersicht haben muss. Das geht mit diesen Kacheln gar nicht. Also ich glaube, da wird sich einfach in zukünftige Generationen an Computernutzern, die werden einfach nicht mehr so arbeiten wie wir. Ich kenne das. Also ich mache das, in dem Mac hast du jetzt nicht unbedingt so ein Startmenü, aber ich habe mir da ein kleines Tool installiert, da drücke ich zwei Tasten, schreibe das Programm rein. Also wenn ich jetzt irgendwie Chrome starten will, dann mache ich irgendwie Alt-Space-Tippe CH ein und dann kann ich meinen Chrome-Browser sofort aufmachen. So gesehen ist das schneller, aber ich glaube einfach mit dieser Kachel-Optik irgendwie so das Look and Feel von einem Touchscreen so nachzubauen oder die Funktionen dafür zu verwenden. Ich glaube einfach, dass Leute, Kinder, die heute damit aufwachsen, mit Computern ganz anders umgehen werden. Wir sind da wahrscheinlich ein bisschen verzogen oder haben so Sachen, wenn du von Windows 3.1 kommst, dann hast du Sachen gelernt, die vergisst du einfach nicht. Und da glaubst du, dass irgendwie so eine Desktop-Analogie, dass dein Schreibtisch auf dem Bildschirm genauso aussuchen muss wie dein richtiger Schreibtisch mit einem Papierkorb und sowas, diese ganzen Metaphern, dass das sich glaube ich irgendwann einfach überholen wird. Ich denke auch besonders, wie gesagt, diese neue Kachel-Strukturen, alles drum und dran, die sag ich immer, das ist so dieses Neumodische, weil halt auch auf Handys nur noch mit Apps gearbeitet wird und es soll ja auf Windows auch so dargestellt werden und diese neue Generation, ich nenne sie jetzt mal Hipster, die da hochkommt, ich denke, die werden damit groß werden und für die ist das einfach so gemacht worden und die wachsen damit auf und irgendwann wird uns das auch überholen. Wie Hipster jetzt auf das, nach Millennials, nach Millennials oder nach Digital Natives, so jetzt die nächste Generation, das sind die Hipster. Ach nee, die Hipster, die gibt es ja schon die ganze Zeit. Hipster ist sowas, die mag ich relativ wenig irgendwie. Aber das ist ein anderes Thema. Na, ich glaube einfach, da musst du gar nicht Richtung Hipster gehen. Da muss ich bloß irgendwie die Tochter von meiner Freundin beobachten, die spricht mit Google. Also die tippt nicht mal mehr was, sondern die spricht. Und die lernt es im Fernsehen so von wegen, hier Google, zeig mir die Bilder von Pastinaken und das macht ihr am Tablet nach. Und ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, dass das funktioniert und dass das irre ist, dass das funktioniert. Also du kannst, du musst bei Google nicht mehr tippen, du kannst da reinsprechen. Ich weiß, aber wenn ich jetzt anfange mit meinem PC zu sprechen, wird meine Freundin noch eifersüchtiger. Das geht nicht gut. Womit wir wieder beim Thema wären, Gegensätze ziehen sich an. Genau, Mac versus Windows. Thorsten ist der Mac-Typ, ich bin der Windows-Typ. Welcher Typ bist du? Willst du uns das mitteilen? Schreib es einfach in die Kommentare unter diesem Podcast. Das nächste, was wir haben, ist Hauptberuf versus Nebenberuf. So wie wir es mitgekriegt haben, ich mache das zum Beispiel hauptberuflich, den ganzen Diss-Jockey-Job. Beim Thorsten sieht das wieder anders aus. Mir ist jetzt eingefallen, ganz spontan, ich bin Nebenerwerbs-Diss-Jockey. Es gibt da sowas wie Nebenerwerbs-Landwirte. Also ich bin Nebenerwerbs-Diss-Jockey. Nebenerwerbs-Diss-Jockey. Okay, in was unterteilt man das denn? Wie sieht das denn aus? Wie, in was willst du das unterteilen? Also mein Diss-Jockey ist mehr eine Leidenschaft als ein Hauptberuf, von dem ich meine Miete bezahle. Ah, okay. Gut, bei mir ist es genau anders. Darum, bei mir hat es mit dem Hobby angefangen, dann über Nebenberuf. Mittlerweile ist es der Hauptberuf, weil sich das einfach so entwickelt hat. Irgendwann hat man auch gemerkt, boah, da kannst du ja von leben. Und dann ist alles andere abgestoßen worden und jetzt macht man das hauptberuflich. Es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man so ein Hobby, was man liebt, zum Hauptberuf macht. Nee, klar. Also ich glaube auch, dass viele so anfangen im Endeffekt, wenn alle Diss-Jockeys irgendwo ähnlich anfangen und das irgendwie als Hobby anfangen. Ja, und dann im Endeffekt sollen wir es krönender Abschluss nennen, machst du es dann zum Hauptberuf, ja. Gut, das ist bei vielen so. Es hat alles Vorteile, es hat alles natürlich ganz deutliche Nachteile. Einen ganz großen Vorteil, den ich sehe, wenn du es im Hauptberuf machst, du kannst wirklich, wie gesagt, all deine Zeit, all dein Wissen, all dein Können da rein investieren und kannst dir was eigenes, was Selbstständiges aufbauen. Und das ist doch, was viele wünschen. Du willst irgendwas im Leben machen, worauf du stolz sein kannst, was du selber aufgebaut hast. Und wieso da keinen Job, dementsprechend deinen DJ-Job als Hauptberuf zum Beispiel machen. Was ich aber auch sehe, ist, der ganz große Nachteil ist, du musst auch halt immer, wenn du selbstständig bist, immer selbst und immer ständig arbeiten, wie es der Name ja schon sagt, du musst dafür sorgen, dass die Gigs auch da bleiben. Wenn du mal einen Monat hast, der nicht so läuft, dann stehst du richtig übel da, weil nur von deinem DJ-Job kommt dein Geld. Das ist, glaube ich, auch die große Herausforderung, warum viele glauben, dass es nicht möglich ist, weil du ja im Endeffekt dann als Selbstständiger auch nicht mehr gesagt bekommst, was machst du jetzt? Also bist du jetzt, ist es vielleicht wichtiger, Facebook-Promotion zu machen? Oder ist es wichtiger, Leuten nachzutelefonieren, um Angebote einzusammeln? Oder ist es wichtiger, dass du dich vielleicht mit deinem Steuerberater triffst? Also als Selbstständiger sagt dir niemand mehr so von wegen, hier, du machst das, du machst das, du machst Mittagspause, du machst das, du machst das und bis übermorgen muss das fertig sein. Nein, du musst halt deine Regeln wirklich selbst festlegen. Das sind die Regeln, dass dein Geschäft optimiert wird, dass dein Geschäft auch läuft. Du hast aber auch solche Dinge, so ein Try-and-Error-Prinzip, wo du manches einfach mal, was du halt noch nie gemacht hast, weil du neu in dem Job bist, probieren musst, wie zum Beispiel, wie komme ich an neue Kunden mit verschiedenen Varianten. Das ist so ein Try-and-Error-Prinzip, es kann schief gehen und probierst halt ein anderes System aus. Damit tust du auch wieder Zeit opfern und das musst du halt auch alles machen, damit die Aufträge da sind, damit die bleiben, dass dein monatliches Einkommen gesichert ist. Das ist der Nachteil, den man hat, wenn du einen Nebenberuf hast und das nebenberuflich machst, dann hast du ja deinen Hauptjob auf gut Deutsch, über den du dein Haupteinkommen und dein Geld verdienst, wo du monatlich deine Miete bezahlen kannst, Essen, Trinken, Kunden, Katze, Maus, die Frau, alles drum und dran. Und alles, was du mit dem DJ-Job machst, kannst du dann zu Spaß an der Freude machen. Das heißt, du bist nicht darauf angewiesen, dass der Job dir 600 Euro bringt, sondern es wäre schon okay, wenn er dir 250 bringen würde. Du brauchst auch keine vier oder fünf Jobs im Monat spielen, dir reicht schon aus, wenn du ein oder zwei hast. Ja und was ich da gemerkt habe, also für mich gemerkt habe, ist einfach auch so ein bisschen Flexibilität im Kopf, so wie du sagst, du musst nicht jeden Gig spielen. Das heißt, wenn bei mir jemand ankommt und sagt, er braucht einen Schlager-DJ für die Hochzeit, dann sage ich, nee, eher nicht. Nee, eher nicht, okay. Ja, dann empfehle ich den Auftrag lieber weiter, selbst wenn er einen Haufen Geld bringen würde, weil ich weiß, dass ich damit nicht glücklich werde. Mir ist auch bewusst, dass ich habe natürlich diese Option, weil ich nicht darauf angewiesen bin. Also es ist, nennen wir es mal so, ein semi-professionalisiertes Hobby. Ich sehe mich als DJ schon ein bisschen fortgeschrittener als ein Hobby-Disc-Jockey. Weil ich einfach auch gelernt habe, dass da viel Geschäftliches außen drum hängt. Also ich ticke da schon so ein bisschen selbstständiger Unternehmer, so in die Richtung. Aber ich habe natürlich nicht den Druck, ich muss jetzt im Monat acht Gig spielen oder wir stehen auf der Straße. Diesen Druck habe ich natürlich nicht. Gut, wenn du das hauptberuflich machst, dann kriegst du einerseits so viele Anfragen, so viele Bookings, dass du dir auch da das Recht rausnehmen kannst, um zu sagen, Schlagerabend, nee, da habe ich keinen Bock drauf, den ganzen Abend nur Schlager, muss nicht sein. Aber das kannst du halt irgendwann machen, weil du einfach weißt, wenn ich den absage, da kommt ein anderer Job für rein, der auch genauso viel Geld bringt, wo ich halt keinen Schlager bringen muss. Das ist der ganz große Vorteil, aber da muss man sich auch erst zu entwickeln. Der ganz große Vorteil im Hauptberuf ist natürlich, du hast Freizeit, du hast eine freie Zeitanteilung. Du kannst auch mal auf gut Deutsch ins Schwimmbad gehen, außerhalb der normalen, der normalen Angestellten-Arbeitszeiten, da wo zum Beispiel wenig los ist, wo du einfach mal Zeit gehen kannst. Du kannst mit Freunden, Bekannten mal irgendwo hingehen, bist nicht auf gewisse andere Zeiten angewiesen unter der Woche, wo man sagen muss, boah, ich muss heute noch acht Stunden im Angestelltenjob arbeiten, danach habe ich abends vielleicht noch zwei Stunden Zeit, sondern du kannst ja wirklich die freie Zeiteinteilung machen. Das hat natürlich auch den Nachteil oder sehen wir es mal so als Nachteil, wenn der Zeit, wenn du Zeit hast, hat doch niemand anders Zeit. Das stimmt, aber dafür macht man natürlich dann den ganzen DJ-Büro-Job, der Job als Hauptberuf natürlich mit sich bringt. Weil da gehört ja natürlich viel, viel mehr dann dahinter, als wenn du das nur ein bisschen nebenberuflich machst. Du kannst es natürlich auch einfach als Mischform machen. Also ich habe das so gemacht, ich glaube, das ist mittlerweile zwei Jahre her, habe ich einfach meinen Hauptjob Stunden reduziert, arbeite jetzt bloß noch Teilzeit und kombiniere so gesehen, also verschiebe meinen Fokus teilweise in Richtung DJing. Das kann man natürlich auch machen. So ging es mir damals auch, als ich noch einen Hauptjob als Angestelltenjob hatte und das DJ nebenbei gemacht hatte, habe ich allerdings den Fokus dann auf den Angestelltenjob gelegt und habe das DJing immer weiter reduziert. Solange bis ich Ende 2000er gar nichts mehr als DJ gemacht hatte und ein paar Jahre auch wirklich untätig war. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich möchte jetzt nicht mehr in diesem Angestelltenjob arbeiten, das ist nichts für mich. Also ich bin auch niemand, der nimmt gern Befehle entgegen von irgendwas, wie er was machen muss, wie er gewisse Regeln hat, an die er sich in Firmen halten muss. Da bin ich nicht so der Typ für, musste ich dann auch irgendwann feststellen. Und da kam es mir dann richtig, als ich dann vollberuflich in den DJ-Job eingestiegen bin. Also wir müssen hier wieder, das ist eine Versus-Folge, wir müssen hier irgendwie wieder mehr Kontrast reinbringen. Wir brauchen mehr Kontrast, okay. Wir brauchen mehr Kontrast, eins auf die Mütze. Und was mir da auch noch aufgefallen ist, ich weiß nicht mehr, irgendwann haben wir darüber geredet. Also stimmt, du als Autofan. Genau. Und da habe ich mir gedacht, ja, für Mike sind Autos immer das Größte und wir haben die Metapher mit Winterreifen, die du kaufst, passend zu deiner Webseite. Da habe ich mir bloß gedacht, ja, du fährst Auto, ich fahre ganz bewusst. Bus. Nicht Bus, aber S-Bahn und öffentliche Verkehrsmittel. Auch zu Gigs? Nein, natürlich nicht, weil das ist dann wieder zu unflexibel. Aber ich habe mir das auch schon, ich glaube, ich habe es schon mal gemacht, aber also ich habe einen Gig in Nürnberg, der ist direkt am Hauptbahnhof. Da habe ich mir das schon überlegt, das wäre ideal, da mit der S-Bahn hinzufahren, weil die S-Bahn hält direkt am Hauptbahnhof in Nürnberg. Aber dann bist du halt nachts durch diesen Fahrplan so unflexibel. Das heißt, ich müsste da echt alles zusammenpacken und in 23 Minuten rüberrennen und das ist mir dann ehrlich gesagt zu stressig. Ich habe mal ein bisschen Zeit mit ein. Also mein DJ-Mentor, mein ehemaliger DJ-Mentor, der macht das auch so. Der hat in Frankfurt seinen Club, der ist direkt am Hauptbahnhof und die Player stehen im Club drin, der packt auf gut Deutsch nur seine Laptor-Wenden mit ein, vielleicht einen Controller noch, so ein kleines DJ-Bag. Alternativ könnt ihr auch nur einen USB-Stick auf gut Deutsch einpacken. Dann setzt der sich in die Bahn, fährt dahin, steigt er aus, ist im Club, macht Musik und fährt morgens wieder heim. Ohne großen Aufwand. Ja, aber das ist doch cool. Also man kann es saufen ohne Ende und du verlierst deinen Führerschein nicht. Ganz anderes Thema. Das kann man natürlich auch machen. Gut, wie gesagt, da kann man das mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen. Aber das ist halt so, wenn du das in einem Club machst, ist es okay. Auf einer Hochzeit kannst du es zum Beispiel nicht machen. Auf der Hochzeit bringst du ja in der Regel auch noch eigene Technik mit. Ich meine es auch gar nicht so unbedingt Richtung Auflegen. Also wenn du natürlich eine Anlage transportieren musst, dann ist es utopisch, dass du die irgendwie in den Bus stellst und dann, ja, ich habe hier noch einen Anhänger. Können Sie mir den auch noch mithängen? Das ist utopisch. Nee, ich meine so im generellen Leben. Also bevor ich irgendwie, ich habe das in der Familie auch mitbekommen, wo mich die Leute anschauen, soll ich denn nach Hause fahren? Wenn ich irgendwie zu Fuß irgendwo hingehe, was irgendwie fünf Minuten weg ist. Nee, ich laufe nach Hause. Natürlich laufe ich nach Hause. Ich muss nicht mit dem Auto dauernd fahren, sondern ganz bewusst auch, einfach auch um mich mehr zu bewegen. Natürlich ist auch ein bisschen Richtung Kostensparen. Also ich muss mein Auto jetzt nicht mehr so unbedingt drunter schrubben, wenn ich ganz normal irgendwas erledige. Das mache ich gerne auch mit dem Fahrrad. Natürlich, wenn es regnet, wenn es minus 20 Grad hat, dann hocke ich mich auch ins Auto. Aber bei irgendwie 20 Grad strahlendem Sonnenschein oder 5 Grad irgendwie Außentemperatur, also alles, was irgendwie erträglich und aushaltbar ist, dann fahre ich gerne auch mal mit dem Zug. Ich nutze natürlich die Zeit auch, also ich höre viel Podcasts im Zug und mache teilweise auch selber Podcasts. Also die eine oder andere Folge von der Hochzeits-DJ-Akademie ist so der Rohschnitt, so die Zusammenfassung, so unseren Gag am Anfang immer, solche Sachen. Das ist auch bei der einen oder anderen S-Bahn-Fahrt entstanden. Ah, okay. Das ist natürlich auch stark. Ich muss immer sagen, ich fahre deutlich mit dem Auto. Also ich bin eigentlich egal, wo ich hinfahre, ich fahre mit dem Auto. Das Auto ist so mein allgemeines Fortbewegungsmittel. Ich könnte auch nicht mehr darauf verzichten. Also ich meine, ich habe mittlerweile Momente, da fahre ich auch mal mit der S-Bahn. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich bei uns ins große Kino will, das ist direkt am Hauptbahnhof. Und da kann ich bei mir hier im Dorf in die S-Bahn steigen, fahre zwei Stationen, steige am Hauptbahnhof auf und bin direkt am Kino. Da fahre ich mein Auto jetzt nicht hin, weil da müsste ich ins Parkhaus fahren, da müsste ich Parkgebühren bezahlen. Und da fahre ich lieber mit der S-Bahn. Es kommt aber auch immer darauf an, ist es warm oder kalt draußen oder muss ich vielleicht eh noch in die City. Wenn ich eh in die City müsste, würde ich sowieso mit dem Auto fahren, aber ansonsten nur fürs Kino würde ich mich in die S-Bahn setzen. Aber ansonsten ist das Auto mein Fortbewegungsmittel Nummer eins. Im Zweifelsfall, ja, ich hatte auch schon mal eine Phase, war auch nicht einfach, da war mein Auto kaputt und ich habe ein halbes Jahr überhaupt kein Auto gehabt. Oha, da könnte ich jetzt zum Beispiel, könnte ich gar nicht, also ohne Auto ging bei mir gar nicht. Ich habe schon Probleme, wenn das Auto mal drei oder vier Tage in die Werkstatt muss. Dann stehe ich schon da und merke schon, dass es meinen Alltag schon gefährdet, weil ich nicht mal schnell, schnell mal irgendwo hin kann, wenn ich mal irgendwo hin möchte. Wenn ich so spontane Dinger sage, wo ich sage, boah, ich will jetzt in den Biergarten oder boah, ich muss noch was einkaufen und alles drum und dran, da bräuchte ich mein Auto. Hast du ein Fahrrad? Habe ich, aber ich glaube, das ist seit zwölf Jahren platt. Da habe ich mich auch nie drum gekümmert. Ja, okay. Also du fährst, ist natürlich logisch, wenn du jedes Wochenende auf ein, zwei Gigs unterwegs bist, wo du sowieso deine Anlage mitschleppen musst, dann ist es am Wochenende sowieso schon mal gesetzt. Obwohl ich das auch gemacht habe, also ich habe in diesem halben Jahr, das war, ich habe auch schon mal überlegt, Carsharing zu benutzen. Und da habe ich mir das dann durchgerechnet, was es kosten würde, so ein Carsharing-Auto über Nacht irgendwo am, ich habe es mir damals für einen Flughafen in Nürnberg ausgerechnet, wenn ich da auflegen würde. Und das ist unbezahlbar. Also es ist schwachsinnig und leider gibt es da keine Kombination, wo ich einfach ein One-Way-Auto irgendwie buchen könnte am Flughafen und vom Flughafen dann am nächsten Morgen wieder eins zurücknehmen. Weil das ist in dem Moment unbezahlbar, weil einfach das Auto zehn Stunden da ungenutzt rumsteht. Stimmt, aber die Zeit musst du bezahlen, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht gehabt. Genau, bei mir ist es jetzt soweit ausgekommen, bei mir steht jetzt ein Leasing an von einem Firmenfahrzeug, das ist jetzt mit einkalkuliert, das geht durch die vielen Gigs und das steht dann in Zukunft an. Gut, wie kriegen wir noch mehr Dampf in unserer Versus-Folge? Oha, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es auf unserer Liste. Okay, sag an. Ja, ich lege ab und zu neuen Clubs auf. Stimmt, ich gar nicht mehr, ich bin wirklich nur in Hochzeiten unterwegs, wobei ich jetzt wieder eine... Neulich hast du gesagt, du hast in einem Club aufgeliebt. Ja, ich bin auch jetzt gerade wieder an einem Club bin ich dran, wo ich jetzt regelmäßig gebucht bin. Jetzt, kommender Wochenende, bin ich wieder da. Zum Beispiel, das nimmt jetzt gerade so einen Pfad auf, das soll noch so ein Zusatzding sein. Das hat aber noch ein bisschen einen anderen Hintergrund, weil die bauen einen komplett neuen Club auf. Und da haben sie gesagt, da brauchen sie jemanden, der Ahnung hat, der vielleicht noch ein paar andere DJs ins Team holen kann. Und da bin ich jetzt so im Wind drin. Ich glaube, einfach so als DJ auflegen wäre ich nicht dafür gewesen, aber jetzt so als DJ-Chef und Leiter von einem Team ist das schon wieder ein bisschen anders da. Aber ansonsten sind Clubs gar nichts für mich. Also, ich bin der typische Hochzeits-DJ. Hat mehrere Gründe. Ich war früher Club-DJ. Ich war früher, als ich angefangen habe, bin ich durch meinen Mentor in Clubs reingekommen und wir haben geile Club-Jobs gemacht. Ich könnte das auch heute noch machen, aber es gibt so viele Gründe, weswegen ich mich gegen einen Club entschieden habe. Einer der wichtigsten ist zum Beispiel die Musik. Du bist, wenn du Club-DJ bist, in der Regel in einer Area tätig, wo du eine Musikrichtung gebunden bist. Ich bin aber von meinem Musikgeschmack und von meiner Musikspielart so individuell, dass ich, glaube ich, die ganze Nacht nicht nur noch Haus spielen könnte, die ganze Nacht nicht nur Techno spielen könnte. Ich könnte auch die ganze Nacht nicht nur noch Hip-Hop spielen. Ich habe das früher mal gemacht, aber heute bin ich nicht mehr der Typ dafür. Ich mag diese Flexibilität. Du machst das eher so, du willst dir die Leute anschauen und flexibel darauf reagieren. Ja, besonders will ich auch, ich will auch mal was anderes spielen. Ich will mal auf was Neues mich einstellen. Ich kenne das im Club. Du bist, sagen wir es mal, jedes Wochenende in einem und demselben Club für eine und dieselbe Musikrichtung. Irgendwann gehen dir einerseits die Hits auf den Sack, weil du ständig immer über dieselben Hits stolpern musst, die du in so einer Mainstream-Zeit spielst. Wenn du so ein paar Classics spielst oder auch ein paar neue, dann neue Musik wird vielleicht nicht ganz so stark angenommen. Und bei einer Hochzeit ist das ganz anders da. Bei einer Hochzeit kommst du hin, du hast vielleicht so ein paar Hits, die auf jeden Fall in den Must-Play reinkommen. Ansonsten bist du komplett flexibel. Du weißt nicht, endet das heute Abend in den 70ern, endet das heute Abend in der Hausrunde, endet das in Hip-Hop, endet das in Rock-Music oder wird es vielleicht eine Eskalation in den 90ern? Das weißt du nicht. Das ist so flexibel und so individuell, dass du jedes Mal neu überrascht wirst. Aber da ist doch meine Theorie, du bist, also bei 85 Prozent der Musik ist bei jeder Hochzeit identisch. Und ist in jedem Club identisch. Also 85 Prozent würde ich jetzt auf der Hochzeit nicht sagen. Natürlich weißt du, wenn es in die 80er geht, ist ein Billie Jean mit dabei. Natürlich weißt du, wenn es in die 90er geht, ist ein Dr. Alban mit dabei. Oder auch wenn du aus den aktuellen Charts jetzt was spielst, weißt du, dass ein Catch and Release oder ein, keine Ahnung was noch alles mit dabei ist, mit dazugehört. Das ist ganz klar. Trotzdem gibt es ja noch so viele Alternativ-Hits und manchmal landest du ja in Richtung, wo du auf einmal zwei Stunden zum Beispiel mal drin spielst, weil du auf einmal dich so drauf eingeschossen hast mit den Gästen. Da spielst du mal ganz andere jetzt. Oder auch durch individuelle Musikwünsche der Gäste, die ja jedes Wochenende anders da sind, bist du da so flexibel im Club. Sieht das leider ganz anders da aus. Da machst du so eine Runde echt über zwei Stunden? Es kann mal passieren. Ich habe das jetzt, wie gesagt, hatte man ja letztes Mal drüber gesprochen. Ich hatte eine Hochzeit, die ist am Ende in Haus, Techno, Elektro und so weiter eskaliert. Und da haben wir wirklich zwei Stunden nur dieses Power-Programm gemacht. Okay, ganz am Schluss, aber jetzt nicht irgendwie so Hauptprogramm, wenn auch die Mehrzahl der Gäste da ist. Da halte ich mich an so eine Regel so von wegen, übertreib es nicht mit einer Musikrichtung, sondern wechsel so nach 20 Minuten. Auch da spielen wir natürlich noch Blöcken. Aber in einem Club ist das zum Beispiel ganz anders da. Besonders, was machst du, wenn auf einmal, egal wer in den größten Hits du in einem Club spielst und die Leute reagieren einfach auf nichts? Da kannst du nicht einfach mal die Musikrichtung ändern, um die aufzuwecken und mal so richtig Push zu geben. Doch, wer sagt, dass das nicht funktioniert? Du kannst nicht, wenn du Haus spielst, nicht auf einmal mal in die 60er gehen. Warum nicht? Also ich hab, ja, einfach, wie du sagst, was nicht funktioniert, warum nicht einfach die Leute komplett überraschen? Also ich hab da mehrere Momente, da haben sie einmal Wolke 7 Festival, da hat, wie heißt der, Oliver, ich komm nicht mehr drauf, Oliver Kolecki hat bei Wolke 7 aufgelegt. Und der hat irgendwie so ein 90er-Ding ausgepackt, wo ich mir gedacht hab, geil. Also das ist einfach, weißt du, das ist so Deep Tech House irgendwie Open Air Festival mit nur so Techno-Heads und geile Stimmung. Das war mal, er hat das mal gemacht. Ja, aber weißt du, wie die Leute den gefeiert haben? Ich glaub dir das. Und dann kann ich mich noch an die Bar 77 in Nürnberg erinnern, da haben, das waren, ich weiß nicht mehr wer das war, aber das waren zwei ganz bekannte Jungs. Und die haben dann irgendeinen 70er-Disco-Teil da reingespielt, wo ich mir gedacht hab, die Idee ist so genial. Und das machen die mitten in einem Hausset und die ganze Menge, die ist ausgerastet. Also da denke ich mir, warum nicht, du kannst damit spielen. Ich hab das erst gestern Abend auch wieder gemacht, da liefst am Anfang von einem Hausset so ein bisschen, warum nicht irgendwie mal einen Hip-Hop-Knaller reinhauen? Theoretisch ja, natürlich löst du dann Gefahr, dass dein Chef dann zu dir ankommt und sagt, ich hab den doch für Hausmusik gebucht, jetzt spielt der hier 70er, jetzt spielt der hier Hip-Hop. Vielleicht hast du auch noch Probleme, wo Gäste noch zu dir kommen und sagen, ey Mann, wir sind wegen Hausherr gekommen und jetzt spielst du hier 70er und Hip-Hop. Schon hast wieder eine Diskussionsrunde, weil du einfach für was anderes gebucht worden bist. Und bei einer Hochzeit ist das dementsprechend nicht. Ja, aber bei einem Lied, also da, wenn jemand mit mir das diskutieren anfängt, wenn ich die Leute, ich hab auch schon eine Hausveranstaltung, die von einer Weihnachtsfeier überging, die hab ich auch schon mit Top-40-Charts. Das ist einfach, um die Tanzfeier jetzt voll zu machen und wenn da irgendjemand ankommt und irgendwas diskutiert, dann sag ich, sorry, aber ich muss den Laden rocken und ob ich da jetzt viertelstunde lang Top-40-Charts spiele, so what? Die Tanzfeier ist danach voll, also da, klar, da hab ich irgendwie eigene Ansichten und bin auch schon oft angeeckt, aber da denke ich mir, volle Tanzfeier zählt mehr als irgendwie Themenprogramm. Ja, ist relativ, also wie gesagt, mit Veranstaltern oder mit Club-Inhabern kann das schon wieder anders da aussehen. Was ich aber an Clubs auch nicht mag, ist, dass die meisten der Gäste sich einfach abschießen. Die schießen sich ab, die sind rotzevoll und dann gehen sie dir als DJ auf den Sack. Es ist wirklich manchmal böse, also die hängen alle am DJ-Pult, manchmal werden sie sogar unfreundlich, dann werden sie ausfallend, dann sind sie total besoffen, dann musst du die Securities holen. Das passiert in einem Club um einiges öfter als auf einer Hochzeit. Okay. Diese Erfahrung hab ich zumindest auch gemacht. Einfach, weil du bei einer Hochzeit dann mehr so persönliche Beziehungen hast, weil die Atmosphäre so ein Stück weit intimer ist, also einfach weniger Leute da sind. Das auch, also auf einer Hochzeit gibt's auch Betrunkener, natürlich auch mal einen, der mit dir diskutiert, auch einen mit der leilt, aber das ist in der Menge. Nicht so viel, wie ich die Erfahrung gemacht hab, wie es in Clubs so ist. Da war ständig einer bei dir, ständig einer diskutiert. Da hast du halt auch mal 500 bis 2000 Leute im Club auf gut Deutsch und irgendeinem passt das Musikprogramm nicht, der ist voll und der leilt dich dann zu. Ja, eben weiß mehr Leute sind. Also du hast ja nicht bloß irgendwie 150 Leute, sondern... Das konnte ich zum Beispiel nie abhaben in Clubs. Und der wichtigste Punkt, weswegen ich sage Club versus Hochzeiten, wo ich mich bei Hochzeiten entschieden hab, ist ganz deutlich der geltliche Part. Ja, das ist klar. Den Punkt hab ich ja gelernt, den haben wir auch in unserem Workshop oder die Grundidee von dem Workshop ist ja, dass du einfach in dem Moment, wenn du als Hochzeits-DJ mehr Geld verlangst, kannst du mehr Geld in Werbung investieren und dann lohnen sich plötzlich AdWords anzeigen, wo du als Club-DJ nicht mal dran denken musst, die überhaupt zu schalten, weil es sich einfach hinten und vorne nicht rentiert. Es ist eine ganz normale rechnerische Sache. Ich sag's mal so, solche Club-Gigs, alles was ich mitgekriegt hab oder auch von Kollegen, was sich hier im Umkreis bewegt, du kriegst für einen Club abends eine Gage, sagen wir jetzt mal zwischen 120 und 250 Euro. Ja, das ist glaube ich in welcher Liga, in welcher Region du spielst. Je nachdem, wo du spielst. Also ich denke mal, wir haben auch Zuhörer, die sind in Clubs tätig, die verdienen um einiges mehr. Es gibt auch welche, die verdienen weniger. Das ist so ein Durchschnitt. Ich hab mich mal irgendwann eingeschossen zwischen 150 und 200 Euro als Durchschnitt für so einen Club-Abend. Also ich kann dir sagen, es ist mehr. Okay, ich weiß jetzt aus anderen Dingern, ich hab jetzt Kollegen, da ist es weniger. Okay, ja, ich glaub, das ist die Frage von der Erfahrung. Das sind Bruttopreise. Da musst du die Fahrzeit noch mit anrechnen. Du bist mindestens mal sechs bis acht Stunden tätig im Club. Du brauchst zwar kein Equipment mitschleppen, aber du hast auf gut Deutsch, wir sagen wir, es ist mal 200 Euro brutto, diesen Ding gemacht. Da rechnest du Fahrtkosten ab. Das sind, sagen wir jetzt mal 20 Euro. Da musst du die Steuer noch abrechnen und alles. Und im Endeffekt stehst du wahrscheinlich abends mit 140, 150 Euro. Da, die du effektiv in der Tasche hast für acht Stunden Musik. Da musst du noch die Musik verkaufen und alles gegenrechnen. Bei einer Hochzeit sieht das anders aus. An so einer Hochzeit kriegst du abends 500 bis 800 Euro. Da musst du zwar die Technik mit einrechnen und noch auch Werbekosten und sonstige Sachen mit abrechnen, aber im Allgemeinen bleibt um einiges mehr hängen, als wenn du acht Stunden nur im Club tätig bist. Ich werde für Hochzeiten auch nur mal für fünf Stunden gebucht. Dann mache ich nur fünf Stunden und verdiene trotzdem mehr als in einem Club. Wo wir jetzt natürlich wieder bei der Richtung sind, du siehst das mehr so als selbstständiger Unternehmer und vielleicht sieht das nicht jeder Club-DJ so. Nee, du willst ja Geld verdienen. Das ist ja, in erster Linie, wie gesagt, steht das Geld verdienen natürlich da im Vordergrund. Unabhängig, ob das jetzt dein Spaß, Hauptjob ist, ob du das Spaß machst, als Spaß gerne machst oder dementsprechend nicht. Rechnest doch einfach mal hoch. Mach vier Club-Gigs im Monat. Verdienst 150 Euro. Das sind 600 Euro. Selbst wenn du 200 hast, hast du 800 Euro im Monat. Von 800 Euro brutto kann kein Mensch leben. Da haben wir den nächsten Versus-Punkt. Ich sehe das nicht als Geld verdienen, sondern als Spaß an der Freude. Ja, weil du es nebenberuflich machst, aber du kannst als Club-DJ nicht hauptberuflich tätig sein, wenn du noch als Anfänger tätig bist, wie du, ich oder jeder andere normale Kerl ist jetzt Wern. Da musst du schon entweder eine richtige Hausnummer sein, du musst ein Produzent sein, der sowieso andere Gagen aufrufen kann oder du musst dich mit so vielen Gigs im Monat etablieren, damit sich das lohnt. Und dann musst du vielleicht auch 300 Euro pro Gig nehmen und spielst dafür 6 bis 8 Gigs im Monat, dass du auf gut Deutsch deine 1800 bis 2400 Euro brutto hast. Und selbst dann hast du im Monat nur so viel Geld wie ein normaler Angestelltenjob. Du könntest das natürlich auch kombinieren. Also es muss ja nicht beides sein. Es muss ja nicht Club oder Hochzeit sein. Nein, du kannst es auch kombinieren. Du kannst es kombinieren, so wie wir es machen. Genau. Ich habe auch viele DJ-Kollegen, die kombinieren das. Also sie sind im Club tätig und nehmen trotzdem Hochzeitsgigs an, weil sie einfach für so einen Hochzeitsgig nochmal ordentlich was pushen können. Ich habe mich halt damals, wie gesagt, auf Hochzeiten spezialisiert, weil es halt vieles für mich da gesprochen hat, als positiv gesprochen hat. Das ist das, was ich auch so im Laufe von den letzten anderthalb Jahren einfach gelernt habe. Hochzeits-DJs, Hochzeitsgigs, Privatgigs, ich fokussiere mich jetzt mehr auf Geburtstage, das sind halt Sachen, die kann ich kontrollieren. Also da bin ich im Endeffekt Herr der Lage und wenn ich mich darum kümmere, um neue Bookings, dann kriege ich neue Bookings. Bei Clubgeschichten hast du da noch ganz andere Sachen, die da mit reinspielen, die einfach nicht in deiner Kontrolle liegen, ob du jetzt gebucht wirst oder nicht. Ganz genau. Auch musiktechnisch. Nur mal so als Info, wenn du auf einer Hochzeit bist, hast du jedes Wochenende andere Gäste, komplett andere Gäste. Das heißt, du könntest wahrscheinlich sogar zweimal dasselbe Musikprogramm spielen und sie würden auf beiden Feiern drauf abgehen. So eine Art Sicherheitsprogramm. Weil du halt jedes Mal komplett neue Gäste hast. Im Club hast du immer Stammgäste mit dabei. Manche, die sogar öfter im Club sind, als du wahrscheinlich als DJ selbst. Und die merken sofort, boah, der DJ spielt ja jedes Wochenende dieselbe Scheiße. Das erlebe ich leider auch immer von Gästen, wo die sagen, ich war in dem Club, ey man, jedes Wochenende spielt der DJ das selbe Zeug. Kannst du genau sagen, dass nach Prince mit Kiss Billie Jean läuft. Das hat man ja schon mal gesagt, aus den Routinen zu kommen. Da glaube ich einfach, da hilft auch, wenn du erstmal in mehreren unterschiedlichen Clubs auflegst und vielleicht deine Frequenz pro Club reduzierst. Das kann man auch machen, aber versuch mal erstmal an diese Jobs ranzukommen. Ich meine ja immer noch, dass Clubsjobs schwerer zu bekommen sind als mobile Hochzeitsjobs, weil einfach da Angebot und Nachfrage nochmal eine ganz andere Tatsache ist. Also nicht bloß, wie du rankommst. Ich sehe das so, eben diese Selbstständigkeit. Kümmer dich selbst darum, Aufträge zu bekommen. Und das als mobiler DJ, keine Frage. Es ist viel einfacher. Ich meine, darauf baut unser ganzer Podcast auf. Ganz genau. So, was haben wir noch als Versus heute? Haben wir noch einen Punkt, wo wir uns unterscheiden? Du bist ja der Filmfreak schlechthin. Aber sowas von hier. Und mit einem Heimkino, da würde George Lucas von träumen. Ach, das noch nicht. Aber Star Wars ist da schon zu Hause drin. Also er würde sich freuen über die ganzen Star Wars Fansachen, die da schon mit rumstehen. Nein, Filme gehören fest zu mir dazu. Das war schon immer so. Und mit Filmen bin ich groß geworden. Ich benutze auch häufig die Soundtrack-Themes aus angesagten Filmen oder aus trendigen Filmen für besondere Elemente auf Feiern. So wie Danza Koduro. So wie Danza Koduro. Oder zum Beispiel hier den Star Wars Theme zur Hochzeitstorte. Ja, das stimmt. Hat man ja schon mal. Ganz genau. Du bist da aber ein ganz anderer Typ. Also Filmfreak, ich kann nicht verstehen so gesehen. Filme, ich liebe Filme. Ich finde, ja so, was soll ich jetzt sagen, Tarantino, aber das ist vielleicht schon zu modern. Es war ja mal in Amerika. Das ist meine Filme. Ich würde jetzt überlegen, wie heißt denn dieser eine Klassiker mit, ich komme nicht mehr drauf. Rocky? Nee, das war es nicht. Rocky auch, aber Rocky habe ich damals über eine Studienfreundin, die hat mir den Film überhaupt so erst näher gebracht. Nee, ich denke jetzt, ach, warum komme ich nicht drauf? George, der bei Shining mitgespielt hat. Wie heißt er? Achso, der Jack Nicholson. Jack Nicholson. Jack Nicholson, der hatte mal in einem Thriller, so Film-Noir-Dings, spielt in Los Angeles. Vielleicht hätte ich mich jetzt besser vorbereiten sollen, wie diese ganzen Filmtitel heißen. Also, das sind so Klassiker, so, sagen wir mal, 70er. Aber nicht so in Los Infiltratos oder Los Infiltratos oder so, war das nicht? Was? Na. Wie Jack Nicholson. Nee, müssen wir nachreichen in den Notizen zu dieser Folge. Mir fällt es jetzt nicht ein, aber das sind so Detektivgeschichten, so Humphrey Bogart. Ja, weißt du, mit solchen Dingern, da habe ich mich noch echt, also es war einmal in Amerika, das ist für mich so Blade Runner, das sind so. Das sind halt ein paar Kultklassiker, aber da gibt es ja noch so viele geile andere Sachen. Genau, aber dann hat es bei mir irgendwann aufgehört. Also ich kann mit dem ganzen modernen, heftig geschnittenen Zeug der Pate, weißt du, solche Dinger, da kann ich mich noch dran erinnern, die habe ich irgendwie so heimlich mit 17, 18, 16 irgendwie gesehen und war fasziniert von dieser Welt, wie du mit einer Kamera solche Geschichten erzählen kannst, wie du überhaupt auf solche abstrusen Handlungen kommst, dann halt so. Aber nach Tarantino, im Endeffekt, Coen, Brüder, da war es für mich durch. Also Matrix ist mir zum Beispiel schon, das ist mir viel zu... Mega, also Matrix ist für mich einer zum Beispiel der Megafilm. Ich bin zum Beispiel ein riesengroßer 90er-Film-Fan, ich mag die Action-Filme aus den 90ern. Die waren das Beste, was die Action-Film-Geschichte fast zu bieten hatte. Gut, die 80er... Die Hard, aber die kamen schon in den 80ern. Genau, das ist so eine Geschichte, die allein gegen alle Variationen aus den 80ern, die war sehr, sehr geil und die wurde in den 90ern dann modernisiert. Und da gab es so viele geile Filme, wenn ich allein solche Dinge reinsehe, wie Con Air zum Beispiel, Im Körper des Feindes, Stirb langsam 3. Einfach Wahnsinn. Oder The Rock, auch so Megafilme. Da war ich, wie gesagt, früher richtig stark mit drin. Deswegen bin ich in den 90ern mit Filmen aufgewachsen, bin heute noch dabei geblieben, gucke mir gerne neue Filme an, habe das natürlich gerne um Serien erweitert, aber das ist so mein Ausgleich dazu. Und du bist dann eher so der Podcaster-Typ. Du hörst dann eher gerne mal Podcasts an, vielleicht sogar ein paar Hörbücher. Serien, um jetzt nochmal so darauf zurückzukommen, die habe ich mit Lost aufgehört und 24. Okay. Das waren so die Dinger. Danach habe ich auch meinen Fernseher abgeschafft und brauche ich. Also wir haben hier zu Hause leider einen Fernseher stehen, aber ich vermeide es echt, auf diesem Bildschirm zu gucken, weil für mich ist immer so die Gefahr dieses, das ist so eine Zeitvernichtungsmaschine geworden, einfach so ein Fernseher. Also ich habe das früher, habe ich sehr, sehr viel Fernseher geguckt und vor fünf Jahren oder so, habe ich aufgehört, aktiv Fernsehen zu gucken. Das hat aber in erster Linie daran, dass jeder Film, der kam, den kannte ich schon, zudem habe ich in Blu-Ray oder DVD zu Hause eine bessere Auflösung, ohne Werbung, ungeschnitten. Da brauche ich mir den nicht auf RTL oder sowas anzugucken, wo das nochmal alles geschnitten ist und bearbeitet ist. Das war einer der Gründe. Dann, das normale Fernsehprogramm ist totaler Bullshit, also das ist Verblödungsfernsehen hoch drei. Das ist absoluter, totaler Müll, wo ich auch kein Interesse dran habe. Wenn ich heute den Fernseher anmache, dann allerhöchstens mal, um mir eine aktuelle Aktefolge anzugucken oder mal in irgendwelche anderen Dinge oder so ein paar Dokus auf D-Max anzugucken. Das ist das einzig Interessante, was mich noch mit Fernsehen verbindet. Alles andere wie Dschungelcamp und The Voice of Germany und Superstar ist für mich totaler Müll. Also das geht gar nicht. Deswegen kann ich kein Fernseher gucken. Dann gucke ich mir lieber Filme an, die extra fürs Kino gemacht worden sind. Die ich mir dann auf Blu-ray hole und mich ins Heimkino reinsetze und einfach in diesen Film eintauchen kann. Verstehe ich gut. Aber wie gesagt, da ist mir glaube ich irgendwie die Optik. Ich kenne ganz wenige neue Filme, die mich einfach, vielleicht wäre ich auch einfach zu alt für den Scheiß und denke mir so, mir ist das alles zu schnell geschnitten. Das ist bei vielen wirklich so, auch so dieses neumodische, überdimensionale, wenn du jetzt ganz vergleichst in den ganz neuen Batman-Versus-Superman-Film, geht gar nicht. Ich denke da jetzt an die letzte Folge von The Fast and the Furious. Da ist am Schluss diese Kampfszene, also wir haben den im Kino gesehen und diese Kampfszene mit diesen aufgeblasenen Typen irgendwie, entweder haben die sich die hintrainiert oder das ist irgendwie nachträglich computeranimiert, wo ich mir denke, hey, das ist abstrus einfach. Also das ist komplett unrealistisch. Ja natürlich, aber das sind Filme, die sollen unterhalten, mehr sollen sie doch gar nicht machen. In verschiedenen Variationen, zudem gibt es ja nicht nur Actionfilme, du kannst ja auch Komödien gucken, kannst Horrorfilme gucken, du kannst Dramas gucken, du kannst hier die Notting Hill Liebesgeschichten für die Frauen gucken. Da gibt es so viele Variationen von oder mal einen schönen Comic oder einen Animationsfilm, da gibt es ja auch tolle Sachen, die mit dabei sind. Und Filme sollen nur unterhalten. Sie sollen dich zum Lachen bringen, sie sollen dich zum Beinen bringen, sie sollen dich ein bisschen in eine andere Welt eintauchen lassen. Ja klar. Das ist ähnlich wie mit Musik. Musik. Und wie gesagt, Musik ist auch einer der wichtigsten Bestandteile in Filmen. Da lernst du zum Beispiel auch drüber, das habe ich sehr, sehr stark für Hochzeiten gelernt, wie du mit Musik Atmosphären erschaffen kannst. Das merkt man in Filmen sehr oft, wie manche Szenen mit Musik untermalt sind. Und auch Menschen haben Erinnerungen mit Liedern an Filmen zum Beispiel, so wie wir, wenn wir zum Beispiel Survivor Eye of the Tiger spielen, uns an Rocky erinnern. Ja klar, da poppen halt dann sofort irgendwelche Bilder in deinem Kopf hoch, du kannst damit spielen, klar. Aber ich glaube, das kennt jeder Disc-Jockey, würde ich mal unterstellen. Spiel doch mal Bad Boys. Spiel mal Bad Boys auf Hochzeiten. Die Jungs flippen aus. Das ist mega geil. Fang an zu singen. Das ist einfach, das ist Film. Aber da kannst du auch Diana King mit Shy Guy hinterher spielen. Nee, zum Beispiel gar nicht, weil das sind zum Beispiel viele, das kennen viele schon gar nicht mehr, weil es einfach eine andere Generation ist. Ich sage ja, ich werde alt. Also womit ich groß geworden bin, sind Kompaktkassetten, die, wo ich mir Hörspiele damals aus dem Radio aufgenommen habe. Und hier habe ich beim Fahrradfahren auf dem Kopfhörer, habe ich Hörspiele gehört. Okay. Und ich glaube, das war so mein Einstieg damals in diese Welt. Du kannst nämlich, Filme ist klar, du hast dieses visuelle Element, aber du kannst mit Akustik, so wie wir es hier im Podcast machen, glaube ich, noch eine viel nähere Beziehung aufbauen. Weil, ja, im Endeffekt müssten wir das wahrscheinlich im Podcast auch machen. In dem Moment, wo du Bilder mit einer Sprache im Kopf erzeugen kannst, ich glaube, das ist die wahre Kunst. Und da brauchst du gar nichts Visuelles mehr dazu. Und du brauchst auch keinen Arnold Schwarzenegger oder Wien Diesel dafür, der sich in irgendwelche Filme hinstellt. Da brauchst du nur zwei Typen, die einen Podcast aufzeichnen. Ja, und über ihre Unterschiede labern. Genau. In einer Versus-Folge. Um die Versus-Folge abzuschließen. Du stehst auf Filme. Ich bin mehr so der Audio-Freak. Also unterwegs, ich höre weniger Musik. Ich höre viele Podcasts und gelegentlich streue ich auch mal ein Hörbuch ein, weil das für mich so eine richtig tolle Gelegenheit ist. Wenn ich zum Beispiel jetzt, gestern bin ich zu einem Gig gefahren, ich war eine Stunde im Auto unterwegs, da Kopfhörer rein und höre ein Hörbuch. Und du kannst einfach so viel dazu lernen. Also während der Autofahrt, wo ich mich sonst mit nichts Sinnvollem beschäftigt hätte, wenn ich in der S-Bahn sitze, um wieder auf das Thema öffentliche Verkehrsmittel zurückzukommen, dann hast du einfach solche Leerlaufzeiten, die kannst du, finde ich, sinnvoll nutzen. Du könntest jetzt natürlich argumentieren, klar, ich rippe meine Blu-Ray-Filme und ziehe mir die aufs iPad oder Tablet deiner Wahl. Zum Auto fahren. Nein, nein, nein. Und hörst es halt unterwegs, wenn du... Also es geht für mich jetzt gar nicht. Einerseits, ein Hörbuch habe ich mir mal gekauft. Das war dieser Er ist wieder da. Den habe ich mir als Hörbuch geholt. Und ich habe zehn Minuten reingehört oder eine Viertelstunde und habe gemerkt, ey, Hörbücher sind gar nichts für mich. Ich kann mir der Konzentration da nicht dabei bleiben, jemandem zuzuhören, der mir da irgendwas erzählt. Also wenn ich das interessant finde, lese ich entweder das Buch selber oder ich gucke einen passenden Film dazu an. Und auch im Auto. Ich könnte im Auto, ich könnte kein Hörbuch holen. Ich habe nicht die Konzentration dazu, da mich auf das zu konzentrieren. Ich brauche im Auto, wenn ich zum Beispiel zu einem Gig fahre, mache ich Radio an. Da höre ich mir dann, schalte ich einen Radiosender an, der ein bisschen so dem Motto des Abends vielleicht noch widerspiegelt. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Classic-Rock-Abend vor mir habe, schalte ich Rockland oder Radio Bob ein. Andere Musik mit anderen Radiosendern dementsprechend verbunden. Dann höre ich noch die Nachrichten mittendrin, um überhaupt zu wissen, was passiert so auf der Welt, was ist wichtig in den Nachrichten zu hören. Und ansonsten Musik. Und da läuft die Musik, da geht mal eine Laune nach oben, dann ist vielleicht noch der eine oder andere Hit mit dabei, wo ich sage, boah, den habe ich ja lange nicht mehr gespielt. Den könntest du mal wieder einbauen. Die hat dir doch immer so gut gefallen. Ich habe zum Beispiel heute, als ich im Auto gefahren bin, liefen auf einmal die New Radicals mit You Get What You Give. Und ich liebe diesen Song so sehr, habe ihn aber lange nicht mehr im Kopf gehabt, dass ich mir den auf dem Zettel geschrieben habe und ich genau weiß, an der nächsten Feier wird dieser Hit laufen. Okay. Aber das ist ein schöner Abschluss. Wir haben zu unterschiedlichsten Themen unterschiedlichste Meinungen und es ist ja auch das Schöne. Also ist ja nichts richtig oder nichts falsch. Also du kannst alles machen, wie du lustig bist. Genau. Und darum interessiert uns natürlich auch deine Meinung, lieber Hörer, zu den einzelnen Themen, die wir hatten. Das waren heute unter anderem Mac versus Windows. Thorsten ist der Mac-Liebhaber. Ich bin der Windows-Liebhaber. Wir hatten die DJ-Aspekte besprochen. Nebenberuf versus Hauptberuf. Und Club versus Hochzeiten. Bist du lieber im Club? Bist du lieber auf Hochzeiten? Bist du lieber mit dem Auto unterwegs oder benutzt du eher öffentliche Verkehrsmittel? Und vor allem, liebst du Filme oder bist du eher der Hörbuchhörer? Schreib uns deine Meinung zu den einzelnen Themen einfach unter die Podcast-Folge drunter, weil auch uns interessiert, wie ist deine Ansicht dazu? Und wenn du vielleicht noch irgendeine Frage an uns hast, dann kannst du uns gerne auch auf den virtuellen Anrufbeantworter sprechen. Das findest du alles auf unserer Internetseite hochzeitsdj-akademie.de-versus für diese Folge mit den Unterschieden zwischen Mike und Thorsten. Ich glaube, wir machen da nochmal so eine Kampf-Fight-Folge draus. Eye of the Tiger. Nee, nee, nee. Nicht Eye of the Tiger, sondern The Rock versus, wie heißen die? Nee, The Rock Johnson. Jetzt musst du mir helfen als Filmfreak. Wer ist denn The Rock Johnson? Wie hieß denn der Typ? Der auf dem blöden Parkhaus steht im Fast and Furious. Achso, ja The Rock und Wind Diesel. Achso, die meine ich, ja. Dwayne The Rock Johnson heißt der. Ach, Dwayne. Was habe ich gesagt? Jack The Rock Johnson. No, Jack The Rock. Jack, das war... Jack Ripper, den kannte ich. Nee, das war Jack Bauer aus 24. Ich bin mit Jack Daniels. Ach nee, das war auch wieder ein anderer. Okay, in diesem Sinne sagen wir Tschüss, bevor wir uns weiter in Jack Daniels... Wir sagen Dankeschön. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören bei dieser Folge. Vielen Dank. Ciao, euer Mike. Vielen Dank vom Thorsten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.